EISBRECHER LP EISBRECHER LP Fickte Spiel Okay Leute, wir haben noch zwei Leben Es war alles nur mit Absicht Ich wollte euch zeigen, wie es ist, wenn man stirbt Ich muss trauen sich gerade hier Ist das geil Ja, noch ein Leben, Leute So Jetzt sind wir klüger Haha Also ich denke, der läuft, der rutscht wie auf Eis Ist das was ich meine? Egal Hier war der Block So, den nutzen wir jetzt Leute, das gibt's doch gar nicht Null Leben haben wir noch Weiter geht's hier im Text So Ja, was ich euch direkt mal auch sagen werde ist Was, was? Was kommt da raus? Was sind das überhaupt? Spermien? Angriff der Spermien Teil 1? Ja Was ich euch sagen wollte halt EISBRECHER LP ist jetzt in der Beta Und Das heißt, es wird nicht mehr täglich Videos rauskommen Ich bin mir nicht so gut Ich kann Oh ne, ich bin doch daran vorbeigelaufen Aber warum Seit wann Minus ein Leben haben wir noch Ja, das ist total geil Minus ein Leben Oh Das Spiel regt mich auf Wisst ihr noch Redemption? Fragezeichen, ey Das war ja genau so ein Kacklappenspiel, Alter So, wir gehen einfach hier rüber Wir sind schlauer als das Spiel So, seht ihr Wir sind overprobe So, den Stein aktivieren Rauf Warten, bis die Spermien runtergefallen ist Dann ist alles gut So, zwei Minuten Zwei Minuten Und 52, 53 Sekunden nehmen wir schon auf Kann er noch ein lustiges Ende nehmen Ha Die erste japanische Flagge haben wir Was? Ne, was? Oh my God Wee Tja Ich kann da nicht einfach rüberspringen Doch Nein Ach, nö Ne Ne, jetzt wirklich Ähm Ja Soviel zum Thema Faires Spiel Das ist ja mal Der totale Bürschchen, du Nein Totaler Bullshit Na Kommt schon Wieso Wieso hat der Typ da so einen Panzer Ist total fies Wir haben minus 4 Leben, Leute Weiter geht's Ach ja Wusstet ihr eigentlich schon Dass GTA 5 bald rauskommt Nein Oh my God Ey Nein Das Spiel Das Spiel ist fies Mann Das ist der totale Bullshit Der totale Bullshit Ja Und äh Wie Ja Jo Aber wegen Thema Vlogs Ähm Die werden auch bald rauskommen Sobald ich endlich alles gescheckt habe So, guck mal Overflow Ich Ich vertraue dieser Wolke da nicht Die hat Augen Weil es was Augen hat Ist böse Was Habt ihr Habt ihr das gesehen Nein Der guckt nicht mal hin Nee Wir gehen mal auf den Schildkrötenpanzer auch Hehe Ha Wir kennen das Spiel jetzt in und auswendig Jetzt kann uns nix mehr schockieren Das war so gut geplant Super Katze So Da kommen jetzt welche runter Und Wir haben gleich gewonnen Das ist super Was Äh Was Ne jetzt Was Nein 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 Leute Nein 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 Das ist alles nur ein schweres Mitverständnis Ich bin eigentlich super gut Aber ihr seht es nicht Ihr müsst mich abonnieren damit ihr es seht Wisst ihr ihr müsst mich abonnieren Sonst seht ihr es ist alles anders Abonnenten haben mehr von mir Wisst ihr Ist normal So da kommt jetzt ne rote Rakete Da kann man nicht drauf landen Ey kommt schon So minus 8 leben Ähm ich glaub nicht dass man diesem Spiel game over sein kann Schöne Das ist alles Schöne Los 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 die die das schwappelt vor mit mich ab hier kommt immer zurück doch mal ganz gangster hier lang das spiel ist einfach ist ja um ich mache ich den spieler link in der beschreibung aber erst beim letzten tor damit ihr euch ich spoilern könnt haha wie komme ich da jetzt rein? gehen wir weiter BOOM ja wie kommen wir jetzt da rein? hey ich drücke gerade drinnen und alles scheiße wir haben es doch geschafft müssen wir vielleicht hier rein? nein wie schaffen wir das? hm gute Frage Herr Leon hm das spiel ist komisch egal ich habe es auf jeden Fall noch in diesem part nein ich habe es vergessen ich habe es vergessen ich habe es vergessen ah ich habe es vergessen das spiel regt einen auf ey scheiß auf mw3 falls ihr euch aufregen wollt holt euch das spiel das kostet 0 Euro und 0 Cent ich glaube das hat eigentlich fast jeder von uns also ich habe es nicht das ist mir zu teuer ähm ja nein ich habe was zu habt ihr den bug gesehen? du 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 n bug gewesen Ich spiele eigentlich gut Egäl komm Leute ich mache jetzt Ernst scheiße sch scheiße Das Part ist vorbei Ab sofort heißt es das Part Wer die Kommis liest, ist blöd Hey, ich bin Eisbrecher und ihr, äh, nicht Das ist Guhu, die Melodie, hihi, ist ziemlich Unrück mich, da zu singen ist Scheiße, komm schon, Rakete, da tauche jetzt Wir gehen hier rüber Jetzt haben wir gewonnen Erster Level Wir haben Level 2 freigeschaltet, das sehen wir aber erst im nächsten Part Hab mich doch heute eigentlich ganz gut in der Zeit geschlagen War ja auch mit Absicht, also, dass ich verloren hab, war eigentlich auch nur so ein Vorwand, um die Zeit einzuhalten Ähm, ja, nächsten Part Seht ihr dann halt, ähm, wie ich gegen Spermien und Kisten in einer dunklen Höhle antrete Wie das Ganze, der ganze Part wird halt bis zum Ende laufen Ich bin Eisbrecher IP, ihr schaut meine Videos Ihr schaut meine Videos, ihr schaut meine Videos, ihr schaut meine Videos Bis dann! Bis dann! Buh, bis dann! Buh, bis dann! Buh, bis dann! Buh, bis dann! Nicht die